Hallo, mein Name ist Marc Rudolph. Ich bin der Künstler, der sich hinter der Travestie Ikone Maggie B. verbirgt. Leider konnten wir uns dieses Jahr nicht auf der Integer und dem Theatermarkt persönlich treffen. Deshalb freut es mich Ihnen mit diesem kleinen Video einen Überblick über meine Programme und über meine Shows zu geben. Ich freue mich schon darauf, dass wir uns bald wieder persönlich treffen können. Maggie B. ist entstanden nach meiner Ausbildung auf der Schauspielschule. Ich war drei Jahre in München auf der Internationalen Schule für Schauspiel und Acting. Ich kann selber die Texte schreiben und kann damit die Menschen abholen, sie in eine andere Welt bringen, zum Lachen, zum Weinen bringen, ein bisschen zum Schmunzeln und sie rausnehmen aus ihrem Alltag. Und das war mir wichtig. Travestiekünstler bekommen auch Fragen gestellt, ja. Können Sie davon leben? Nur nachdem ich davon noch nicht gestorben bin, ja. Ich habe nie etwas anderes machen wollen. Seit ich ein kleines Menschenkind war, ich wollte immer Schauspieler werden. Als wir dann sechs Jahre alt waren, meine Schwester und ich, da haben meine Eltern uns mitgenommen nach Hamburg ins Musical. Da habe ich Cats gesehen das erste Mal. Und in der Pause war ich weg. Ich war da schon auf der Bühne und musste das alles untersuchen und habe versucht, da schon hinter die Bühne zu kommen. Also die Bühne war immer ein Teil meines Lebens. Ich sterbe ja immer an Lampenfieber vorher. Das ist für mich ganz schlimm. Aber sobald ich draußen bin und sobald ich die Menschen sehe, wie sie lachen oder wie sich Ehepaare anstupsen und sagen, ja, genau so ist es. Das ist doch wunderschön. Und wenn dann vielleicht nochmal das ein oder andere Tränchen im Auge glitzert, ja, was willst du mehr erreichen als Mensch? Andere Menschen einfach mal glücklich zu machen. Die Verwandlung von Marc zu Maggie dauert zwei Stunden. Das Gesicht ist am schnellsten gemacht. Das ist in 40 Minuten drauf. Aber du musst ja unten anfangen. Du musst ja bis der Zeh, bis die Nagellack am Zeh getrocknet ist. Dann muss natürlich, naja, der Bart noch ab und bis man dann im Kleidchen drin ist, dauert es ja auch nochmal ein bisschen. Aber so zwei Stunden vor der Show braucht man, bis man fertig ist. Und jetzt, liebe Gäste, wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit Einfach Diva. Ja, ich muss jetzt ein bisschen anders arbeiten. Wir haben Kinder da. Rotkäppchen geht durch den Wald, kommt der böse Wolf, klar, wer sonst, und sagt, du bist eine blöde Kuh. Sagt sie, nein, guter Wolf, ich bin das Rotkäppchen in diesem Märchen. Sagt er, nein, du bist eine blöde Kuh. Sagt sie, ich bin das Rotkäppchen. Sagt er, und wo ist dein rotes Käppchen? Sagt sie, ach, ich blöde Kuh. Steht die Schwiegermutter hinterm Güllewagen, musst du nur den Bauern fragen, ob er nicht am Hebel zieht, um zu sehen, was geschieht. Doch, nee, zu früh. Doch weicht sie aus, dann sei nicht dumm und fahr sie mit dem Wagen um. Prost. Hört nie auf, an euren Träumen zu bleiben. Ich bedanke mich, ihr wart ein tolles Publikum. Bis bald. Ciao.